You say you wanna try, but you never do Sugar, there's a reason why we lose So while I talk about it, it's just like this So, that's just like this I would say, I just like that I just like that I just like that Better is that, I think Okay, well We have That we That our query still stands You know what I mean There is everything still And that is cool So, how do we have a chance to get here We have a chance to get here Very nice to know So, now I have the Toast Toast back into the media system That should actually not happen That stuff must be now ready We are in a new episode That means the query is ready We should be careful We should be careful So, we should also be careful The next message is still there I think the query is still there I can see that We should try to take here That we should try to do And to be careful Maybe the possibility of the query Like that would be a cool thing So here, the Uranium-Erz haben wir ja jetzt ist das hier vor wo er geht in die hölle ja er will in die hölle gehen ich werde ihm da einfach gleich mal folgen ich brauche auf jeden fall brauche ich mal weg erst weg ist da ich nehme hier den bogen mit wir haben noch was bobo aber nur so wenig pfeile nicht schlecht das ist wirklich nicht gut scheiße hier wie sieht es denn hier aus in der kiste ist ganz schön gefüllt aber das kriegen wir hin ist okay so aber wie gesagt er wird jetzt hier in die hölle gegangen sein das heißt wir werden mal versuchen ich habe halt leider wirklich ich habe halt echt keine aber wie heißt das denn dann oder gerne ich habe nur ein ganz oder und komme ich halt nicht weit glaube ich bin ich jetzt vielleicht sogar schon zu spät dafür mal in die hölle zu gehen wir können ja mal schauen also okay noch den schüssel haben wir hier noch meinen tütteln okay gut wir bräuchten vielleicht noch einen bogen gleich unser zweites chat blicken wir mal noch mit wir nehmen mal noch einen bogen wir haben mal einen bogen hier jetzt also jetzt habe ich zwei büten okay also jetzt habe ich kein essen fehlt mir schon wieder das essen alle toast 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 okay gut toast habe ich gehen wir hier die büten gehen wir rein und dann muss das reichen so okay okay gut so wie gesagt wir müssen halt einfach nur mal schauen wo er denn ist wir schauen hier einfach mal wir haben ja auf jeden fall haben wir ja die möglichkeit so wir haben hier welche richtung ist er gegangen vielleicht hat er die festung halt abgefarmt ne wäre ja die festung wäre ja glaube ich hier in diese richtung das war so der teil den wir am ich nenne es jetzt mal einfach mal am meisten halt so gesehen halt begutachtet haben wobei was mir da einfällt ist finden wir da nochmal ach genau richtig wir machen das machen das anders ne gehen wir machen das kombiniert ne wir gehen halt auf ähm wir gehen auf jagd und ähm wie heißt das weiß ich jetzt gar nicht ähm schubkarren oder sowas also wir können den kriegen den jetzt sowieso nicht mehr ne das wäre jetzt hier verlorene zeit aber vielleicht ist er ja da irgendwie bei der festung ähm die ich da ungefähr so im kopf habe ähm und ja vielleicht ist er ja dort und wenn er da ist ne dann haben wir Glück und wenn nicht dann haben wir halt Pech ne so nach dem bateau ok auf jeden fall wie gesagt bei ihm ist das zeug halt auch ausgelaufen das heißt ähm ok seine query dürfte auch stillstehen so zu sagen auf jeden fall jetzt noch mal ordentlich was an westdown hier haben wir dazu bekommen ist jetzt wie gesagt halt auch ganz nach unten durchgelaufen das ganze also haben wir das hier das hier das hier das hier und hier noch 1 2 von den Shards und dann ist das ok so weiter erst mal gut ähm wir können hier noch mal silbererz iwinerz das rein und dann haben wir hier unten noch das hier das ok gut dann haben wir hier unten das können wir auch nochmal mit befüllen zack 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 ok so ja ich drücke hier mal auf die festplatte drauf soll natürlich auch nicht so sein aber wie gesagt wir haben auf jeden fall für das ME System da ist auf jeden fall einiges jetzt schon drin hier ne das ist ja vernünftig ne vernünftig gefüllt das ist schön so dann können wir hier nochmal das hier nochmal rauspacken zack 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 könnte theoretischerweise sagen ok gut also wir haben hier sogar noch ein bisschen kohle wenn man hier einfach nur ganz kurzzeitig hier das ganze mal ein bisschen befeuern hier damit ok gut redstone haben wir jetzt irgendwie ja knapp 2000 sogar das ist ok gut ähm die nächste geschichte wäre dass wir uns jetzt wirklich mit der monsterfalle halt auf jeden Fall beschäftigen ähm ich wollte eigentlich noch meine ähm ein Stück weit unten das ganze ähm durch rattern lassen aber das funktioniert nicht so gut funktioniert halt wahrscheinlich vielleicht nicht ähm das heißt wir werden die query wird hier erstmal wahrscheinlich erstmal jetzt eine Weile lang stillstehen so schätze ich das jetzt einfach mal ja und dann werden wir da jetzt mal in der monsterfalle halt mal auf jeden Fall ein bisschen arbeiten oder wir setzen die query aber dann müssten wir halt ja da muss man halt zum einen Energie halt ganz ganz weit nach hinten schaffen und zum anderen halt auch noch wow das ist halt so cool aber stimmt ich wollte nach marble wollte ich eigentlich schauen aber hier war scheinbar keine marblehöhle so richtig mit dabei ne na ja nicht ne 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 lechle o porhere ah der blip ist ja filho und nicht aber ganz 소리 solange hat es gar nicht gedauert wie er unterwegs war, muss ich mal schauen war das extra utilities, so weiß ich jetzt gar nicht ob das das war ich will jetzt ja für die monsterform will halt auf jeden fall was machen also das heißt ich weiß gar nicht ne das war es auf jeden fall nicht ich weiß jetzt nur gar nicht wie man, warte mal, ähm, wie heißt das denn genau muss ich mal ganz kurz nachgooglen, weil ich bin nämlich auf der suche nach dem, nach der schubkarre heißt das glaube ich, ähm, schubkarre, ah fuck man, hehehe wie sie sehen, sehen sie nichts ja, das ist halt natürlich kacke, also das und, ah nee, wheelbarrow muss ja nicht sein, ne, das wäre jetzt die englische Übersetzung dafür gibt es halt auf jeden fall, ne, aber ähm, warte mal, kann ich mal gucken hier, minecraft Spawner 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 and the lily seats slightly larger chest oder mal hubwagen hieß das glaube ich mal gucken hier hubwagen aber nicht vorstellen muss man auf deutsch bestellen mal schauen wie lange das dauert kann ein bisschen dauern jetzt weil ich ja das muss jetzt hier mal im live betrieben muss das jetzt mal sein leider ansonsten bin ich halt ja noch auf der suche danach ich muss ja die die spawner halt ja irgendwie bewegen das ist halt irgendwie das problem das war noch gut blablabla hast nicht gesehen so gut ich weiß es halt nicht es lebt halt noch um das hier auf deutsch umzustellen ist aber nicht so die gute idee bin ich jetzt geflogen das war so die ja was keine lust mehr oder oder alles alles gut alles gut ach so ok ich dachte du willst nicht mehr mit mir spielen ne 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 sowas na gut dann mach ich mal weiter transportwagen transportwagen hier da sind die dinge ich glaube wir haben immer noch nicht das ding fertig ne warte mal wir hatten hier kommt das zeug ja flugkristall das ist immer noch nicht fertig oha lol äh was das ist immer noch nicht fertig geworden oha lol ok gut das ist heftig dass das immer noch nicht fertig wurde ok gut da haben wir aufgefallen ja gut das heißt wir werden uns mal ganz schnell mal einiges übernüssen denken hier ahja hier liegt auch noch Sex drin so lalalala ok gut das heißt wir werden mal zeitweise bis das dann halt fertig wird werden wir hier mal drin kraften fehlt halt alles nichts im normaler fall wäre hier dann halt noch ein kraft im feld aber ok gut also wie gesagt ich habe das jetzt hier ja das ist halt natürlich schon mal schön also muss ich natürlich aufpassen Eisen nehmen wir halt einfach mal ein Stack und Holz was ich mir ja gerne was mich gerade wirklich noch abfuckt an der Geschichte ist ähm dass wir warte mal haben wir echt wenig Holz das hier kann man brettern das kann man vermutlich auch noch verwenden das kann man vermutlich auch noch mehrfach verwenden kann so ok dann hätten wir als nächstes wäre es dann die Diamanten also so gesehen hier unten zack 1,2,3 und die stacken die sind nicht stackbar ok ok zack ja gut weiß ich jetzt nicht wie gesagt weiß ich nicht ob man dann hier auf einmal dann alle drei herausbekommen kann das wäre natürlich nice Schutz 1 ok gut dann hätten wir das schon mal ok so dann haben wir hier noch ein paar Diamanten und das sind dann 60% der haben wir dann noch fehlen ja jetzt ist der Blick jetzt wieder mittlerweile da weiß ich gar nicht sieht man ihn ah ja da oben rand er gerade rum wir könnten halt ähm so warte mal wir bräuchten also mich gerade ein bisschen nachher genau warten wir mal noch ganz kurz ab wir basteln da oben jetzt hier mal warte mal wir basteln mal noch so eine Void Pipe warte mal wie hieß das nochmal Void warte mal ähm wow wir muss halt auf jeden fall gleich nochmal umstellen löschen des Flüssigkeitsrohr genau so das heißt wir brauchen dort auf jeden fall Glas Glas Tintensack und Redstone ok ok Glas Redstone und Tintensack Glas Glas 2 und Tintensack Tintensack Tinten Sack 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 ok gut so dann hätten wir jetzt schon mal das löchende Transportrohr und dazu brauchen wir noch einen Cactus ne ja hätte er überhaupt einen bisher gehabt krank ok nicht mal ein Cactus oder lol scheiße ey ähm woran woraus kriegt man die Dichtung denn aus Cactus grün oder Bienenwachs Cactus oooohh ein bisschen Wüste gewesen ja muss man mal schauen ja so lalalala das ist natürlich echt genial was sind das hier für Blöcke sind nicht intensiv die defizierbare Blöcke oh hab ich so einen jetzt hier im Inventar Saiyajaj oh er hat auch hier wasina gesagt oh hier weiß ich was abgebaut oh hier ist ein Creaver ne und ne kommen wir nehmen wir mal hier die Kühe noch mit so zack zack aber jetzt werde ich schon mal wieder ein bisschen Fleisch ne? hey oh was für ein scheiß hier so ähm ja ich weiß es nicht ich hab schon ewig kein Kaktus mehr ja so ein Kaktus habe ich komplett von nachher da fällt auch gerade nichts ein womit ich das noch anders machen kann sonst würde ich das vielleicht anders machen ah ja aber ich hab ein bisschen zuvor ach ja ich find nix aber auf jeden Fall schon mal wieder ein Dorf das ist natürlich ungünstig das ist echt ungünstig mit dem Dorf hier ich weiß es halt echt nicht hier sind halt keine Kaptele die andere Richtung war halt auch nichts gewesen und jetzt sind wir dann schon wieder weg schon ein gutes Stück sind wir halt wieder weg ja ja das ist ganz prima hier ach ja das ist nicht so toll ja 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 ich bin doch auf der Suche aber auch hier beim wohldeutschen Lavasee das ist eigentlich auch relativ selten ja ja das ist halt kacke ja hier ist halt auch wirklich nix ne ja 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 das ist doch voll durch aber einen habe ich seh ich dort glaube ich oder ich glaube ich so ist auch wieder zu Corona Vielleicht dort vorne vielleicht noch, da kann ich mir das vielleicht noch am besten vorstellen. Aber jetzt suche ich hier wirklich wegen dem Cut-Tor jetzt alle. Ja und die meine Zeit, das ist ja ein Scheiß. Ja wunderbar echt. Soberro kann man dann auf jeden Fall vermehren, ja. Aber, ne ich weiß es auch nicht hier. Mein Sturz will nicht einfach so ab. Ha. Ok, gut. Jetpack 1 ist auf jeden Fall alle. Was ist das zu finden? Das Öl? Da ist ja. War einfach nur ein Baum. Hier sieht wohl eher nach Meteorite. Na gut, ja. Hat sich halt mal wieder gar nicht gelohnt. Doch Öl. Also. Bleib hier aber noch hängen. Ja wir haben halt hier irgendwie, ja keine Wüste ne. Ja. Das bedeutet, ich gehe jetzt einfach mal das hier jetzt so. Ja in die Richtung kann man jetzt eigentlich auch schon wieder nach Hause gehen. Ja. Ja. Das ist blöd. Doof gelaufen. Ja hier unten. Ja hier unten. Hier unten wird es los. Ich glaube ich das ist nur ein Creeper. Aber es war sogar nur ein Creeper. Ja. Ja. Ja hier unten, auf jeden Fall nicht so gut gewesen. Da werden wir vielleicht ein paar Monster mitnehmen hier, aber das ist auch alles nicht. Wir könnten vielleicht ein paar Creeper Farben mal, wenn wir uns mal Creeper sehen. Vielleicht mal hier wegen Gunpowder und so. Zumindest ein bisschen was. Ah hier, da haben wir sogar zwei Stück. Zwei Stück hier sogar. Wow. Hier ist der nächste, hier ist der nächste, guck mal. Hoffentlich ist es ein bisschen was an Gunpowder. Hier jetzt Feuerstein, die dürfen glaube ich nicht explodieren, die Dinger. Da reicht meine Weapon aber nicht viel aus. Na ja. Gut, dann haben wir wenigstens noch ein bisschen was dann vielleicht gleich aus der ganzen Geschichte mitzunehmen. Na gut, dann haben wir hier aber auch nicht. Wir haben einen kleinen Creeper mit Head, oder? Oha, wow. Okay. Gut, das sollten wir lieber nicht nochmal machen so. Besser ist das glaube ich. Oh, hi. Ja. Ich bin eine Hexe, oder? Ich gehe lieber raus hier. Ich weiß nicht was hier. Ich weiß nicht was mit Witchery ist das glaube ich. Aber kenne ich mich gar nicht aus damit. Oh man. Einfach mal schön ein paar Creeper hier explodieren lassen. Nice. Ja. Ich finde halt auf jeden Fall nichts mehr. Das ist natürlich... Die Creeper wenigstens irgendwie Pischmasse und Gunpowder fallen lassen. Gar nichts. Gar nichts. Ja, der ist gut. Oh, jetzt die Jetpack jetzt auch fast wieder alle. Ganz geil. Und wow. Ich weiß nicht wie das hier aussieht unter dem Baum, wenn man da drunter graben würde. Ich glaube da war nichts. Ich glaube nur bei einem mit Spinnenleben. Ja. Das ist natürlich doof. Da finden wir nichts. Und dann... In der nächsten Folge Leute. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bis denne. Tschö. Tschö.